Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sammlerfreak mit der 62. Folge der Serie Münzen sammeln, aber richtig. Dieses Video ergibt sich aus der Konsequenz der kleinen Nebenserie zu den Portemonnaefunden, in denen ich Eurokursmünzen anderer Nationalitäten in meinem Portemonnaie gesucht und gefunden habe. In alphabetischer Reihenfolge der Ausgabeländer werde ich dir die jeweiligen Nationalitäten-Seiten vorstellen, damit du auch die Unterscheidungen selber wahrnehmen kannst. Den Anfang macht der Kleinstadt Andorra aus dem Pyrenäen, der seit 2014 eigene Euro-Münzen herausgibt. Für die andorranischen Münzen gibt es je nach Wert vier Bildseiten, beginnend mit dem 2-Euro-Stück, auf dem das Nationalitäten-Wappen dargestellt ist. Das Nominal 1 Euro zeigt auf der Bildseite die Casa de la Val, das Parlament Andorras. Die Werte zu 10, 20 und 50 Euro-Cent bilden die Kirche Santa Coloma ab. Ursprünglich war hier auch ein Jesusantlitz dargestellt, das aber von der Europäischen Union nicht akzeptiert worden ist. So erscheint auf der Münze lediglich der Torbogen und die Kirche mit dem Kirchturm. Die kleinen Münzen zwischen 1 und 5 Cent sind der Natur Andorras gewidmet und stellen eine Pyrenäen-Gämse und einen Vogel, entweder einen Adler oder einen Bartgeier dar. Die nächste Euro-Nation ist Belgien in diesem Clip. Im Vergleich zu den andorranischen Münzen erscheinen hier die Bildseiten etwas langweiliger, weil sie wie in Königreichen üblich lediglich das Abbild des Herrschers wiedergeben und zwar über alle Nominale. In der alphabetischen Reihenfolge folgt Deutschland, deren Münzen du kennst. Als Machtsymbol ziert der Bundesadler die großen Werte zu 1 und 2 Euro, als Symbol der Wiedervereinigung das Brandenburger Tor die Werte 10, 20 und 50 Cent und als Reminiszenz an die alten D-Mark-Münzen zumindest die Pfennige der Eichenzweig die Kleinwerte von 1 bis 5 Cent. Erst seit 2011 ist Estland Mitglied der Euro-Union. Alle Euro-Münzen Estlands zeigen die Landkarte des Landes, erheben sich die Euro-Nominale von den anderen durch die erhabene Prägung der Landkarte hervor. Auch diese Nominale unterscheiden sich etwas, indem das 2-Euro-Nominal einmal die westlichste und auch die nördlichste Insel des Landes mit darstellt. Diese findest du auf den kleineren Münzen zwischen 1 und 50 Cent nicht. Zudem sind diese Werte auch in der Landkarte vertieft geprägt. Ja und das waren die 4 ersten Nationen, die ich dir in den Unterschieden der Bildseite versucht habe darzustellen. Wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch! Und ich freue mich auf deinen Besuch. Danke allerdings jetzt erstmal dafür, dass du diese Seite besucht hast und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Sammlerfreak